Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail machen es unsere gut 850 Mitarbeiter jeden Tag möglich, dass höchste Qualität bei uns Standard ist. Diesen Werten folgend wurde unser Unternehmen zu einem der führenden Wohnwagenhersteller Deutschlands. Und es erfüllt uns mit Stolz, dass tausende unserer Fahrzeuge gemeinsam mit unseren treuen Kunden bereits die Welt bereisen. Hier bei uns in der Konstruktion werden nicht nur Teile geplant und visualisiert. Hier krivieren wir die Grundlage für Urlaubsreisen mit einem Zuhause auf Rädern. Teamarbeit wird bei uns ganz groß geschrieben. So wird auch jeder einzelne Mitarbeiter wertgeschätzt und hat eine tragende und nicht wegzudenkende Rolle. Traditionelle Handwerkskunst Spielt nach wie vor eine sehr wichtige und besondere Rolle. Dabei achten wir auf jedes Detail und stellen sicher, dass jedes Stück perfekt passt und funktional ist. Hier arbeiten die Menschen mit Überzeugung und Leidenschaft. Das macht die Marke Feldkaravan so erfolgreich. Mein Team und ich fertigen und nähen während unserer Arbeit nicht einfach nur Stoffen. Wir tun es mit Herz und Liebe zum Detail. Bei der Endkontrolle ist natürlich wichtig, dass das Fahrzeug perfekt ist. Nach mir geht das Fahrzeug zum Kunden. Jeder Handgriff sitzt, was bei uns die Perfektion ausmacht. Qualität zeigt sich in der Langlebigkeit unserer Produkte und das steht für uns an erster Stelle. Von der Idee zum Lebensgefühl. Vom Nischenprodukt zum Global Player. Von traditionellem Handwerk zu modernen Premium-Wohnwagen. Seit mehr als 50 Jahren streben wir als Traditionsunternehmen jeden Tag aufs Neue danach, die Marke Fendt Caravan und uns persönlich stetig weiterzuentwickeln. Fendt Caravan. Das sind wir. Fendt Caravan. Das sind wir.